Herzlich willkommen zu meinem Video über Backtracking in regulären Ausdrücken. In diesem Video möchte ich euch anhand einer Analogie verbildlichen, was Backtracking bedeutet. Dann erkläre ich Backtracking anhand eines NFA. Dazu habe ich ein visualisiertes Beispiel vorbereitet. Anschließend gebe ich noch wichtige Hinweise zum Backtracking und abschließend erfolgt eine Zusammenfassung. Ein gelungenes Beispiel zur Verbildlichung von Backtracking ist eine etwas abgewandelte Form des Märchens Hänsel und Gretel. Die beiden Geschwister suchen aus der Mitte des Waldes einen Weg nach Hause. Dazu hinterlassen sie an jeder Weggabelung einen Brotkrum. So markieren sie diesen Ausgangspunkt. An der Gabelung wählen sie einen der möglichen Wege, um weiter aus dem Wald heraus zu gehen. Gelangen sie dabei in eine Sackgasse, so gehen sie den Weg zurück, bis sie eine markierte Weggabelung finden. Von dort wählen sie einen neuen Weg. Das machen Hänsel und Gretel so lange, bis sie einen Weg nach Hause gefunden haben. Kommen wir nun zum Backtracking im NFA. Voraussetzungen für Backtracking sind, dass mehrere Entscheidungsmöglichkeiten für mindestens einen der besuchten Zustände im NFA existieren. Die Frage, welcher Weg hier gewählt wird, entscheidet sich je nach Implementierung des NFA. Er kann greedy oder lazy implementiert sein. Mehr dazu im Video Greediness und Laziness aus dieser Vortragsreihe. Ein Zustand, bei dem es mehrere Entscheidungsmöglichkeiten gibt, muss auf einem Stack abgelegt werden und gilt dann als sogenannter markierter Zustand. Der Automat hat sich für einen der Pfade entschieden und landet in einer Sackgasse. Hier setzt das Backtracking ein. Nun muss ein Zustand ermittelt werden, von welchem aus ein neuer Weg gesucht wird. Die Frage, die sich hier stellt, ist, welcher der markierten Zustände wird gewählt. Da ein Stack nach dem Last-In-First-Out-Prinzip arbeitet, kommt nur der oberste Stack-Eintrag in Frage. Vom obersten Zustand ausgehend wird also ein neuer Weg gesucht. Auf dem Bild sieht man den formal definierten NFA mit seinen Zuständen Q0 bis Q7, dem Eingabealphabet Großes A, Kleines A, Kleines L und Großes W, der Transitionsfunktion, die man der Abbildung entnehmen kann, dem Startzustand Q0 und der Menge von Endzuständen, die Q7 enthält. Dieser NFA repräsentiert den Regex Großes W, Alternation Großes A, konkateniert mit Kleinem A und Kleinem L. Er erkennt also die Worte Wahl und Aal. Unser Eingabewort ist Aal und wir starten im Zustand Q0. Hier noch ein Hinweis. Gibt es an einem Zustand mehrere Entscheidungsmöglichkeiten, so wählen wir als Folgezustand denjenigen mit dem kleinsten Index aus. Von Q0 aus gibt es zwei Wege. Das bedeutet, wir schreiben Q0 auf den Stack. Somit ist Q0 markiert. Der Automat wählt den Übergang mit dem Symbol A zu Q1. Wir gehen also zu Q1. Im Zustand Q1 gibt es wieder zwei mögliche Wege. Wir schreiben Q1 also auf den Stack, um ihn zu markieren. Die Transitionsfunktion gibt die Menge Q4, Q5 zurück. Der Automat wählt den Pfad zu Q4. In Q4 ist kein weiterer Weg möglich, da es keinen Übergang zu einem anderen Zustand gibt. Wir stecken hier also in einer Sackgasse. Der Stack enthält zwei Zustände, Q1 und Q0. Somit können wir Backtracking durchführen. Aufgrund des LIFO-Prinzips kehren wir zurück zu Q1. Vom Zustand Q1 gibt es noch einen Weg, um fortzufahren. Wir wählen den Weg mit A zu Q5 und löschen Q1 vom Stack. Auch in Q5 ist kein weiterer Übergang möglich. Auf dem Stack liegt noch ein weiterer Zustand, Q0. Also kann Backtracking ausgeführt werden. Wir kehren zurück zu Q0. Wir lesen ein großes A und wählen den verbleibenden Übergang zu Q2 und löschen Q0 vom Stack. Als nächstes lesen wir ein kleines A und gehen über zu Q6. Das nächste Zeichen ist ein kleines L. Damit kommen wir in den Zustand Q7. Q7 ist ein akzeptierender Zustand. Unser Eingabewort AL wird akzeptiert. Dazu waren zwei Backtracking-Schritte nötig. Hier noch einige Dinge, die man wissen sollte, wenn man sich mit Backtracking beschäftigt hat. Backtracking ist nicht möglich, wenn der Stack leer oder bereits abgearbeitet ist. Falls man einen zielführenden Pfad im NFA gefunden hat, aber noch ein oder mehrere Elemente auf dem Stack liegen, so kann der Stack trotzdem ignoriert werden. Backtracking ist in einem DFA nicht möglich, weil gar keine Entscheidungsmöglichkeiten über die Transitionen existieren. Der Stack ist hier Teil des Algorithmus von Backtracking und gehört nicht zum Automaten. Er ist also nicht zu verwechseln mit dem Stack eines Kellerautomaten. Backtracking ist eine Implementierung des NFA. Man könnte sich vorstellen, dass der Automat sich bei mehreren Entscheidungsmöglichkeiten aufspaltet und die Zustände quasi parallel abarbeitet. Der Vorteil von Backtracking ist, dass wenn es eine Lösung für die Problemstellung gibt, diese auch gefunden wird, weil im Worst Case alle Möglichkeiten ausprobiert werden. Genau hier liegt auch der Nachteil von Backtracking. Backtracking kann dadurch eine hohe Speicherauslastung fordern und unter Umständen eine sehr lange Rechenzeit beanspruchen. Zum Schluss noch eine kurze Zusammenfassung. Man kann Backtracking als systematisches Ausprobieren bezeichnen. Der Stack für die markierten Zustände arbeitet wie jeder Stack nach dem LIFO-Prinzip und ist nicht Teil des Automaten, darf also nicht mit dem Stack eines Kellerautomaten verwechselt werden. Vielen Dank für das Anschauen meines Videos. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat und ich freue mich auf euer Feedback.